Ich kann zu lange hier meine Flanke unbedeckt lassen. Genau deswegen! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Slaybee, wir machen eine neue Aufnahme von Dirty Bomb. Ja, von Dirty Bomb. Wir müssen, wir müssen, lasst ihr nicht das, wir müssen, wir müssen verteidigen. Jetzt werden nochmal die Spielregeln erklärt. Ja, für Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, hier muss man abwehren. Man muss einfach verhindern, dass die Leute zum Zielpunkt kommen. Jetzt haben wir Skyhammer gewählt, okay. Ich wollte gern Phantom wählen, aber okay. Jetzt machen wir erstmal jetzt hier, hier der Panzer, an den dürfen sie nicht ran. Dann, da dran dürfen sie nicht fitscheln. Das ist verboten. Dürfen sie nicht. Ups, Salah, ich bin ja gar nicht Phantom. Ich bin ja... Nein, 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 nein. Oh, danke. Heal, heal, heal. Ah, schon wieder der. Entschuldigung, aber... Wir müssen mal, wenn wir jetzt gleich schon 24 Sekunden tot erleiden, müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Muni verteilen und dann den Mensch dort etwas stumm schalten. Hat bestimmt eine sehr zarte Stimme. Aber... Können wir jetzt nicht gebrauchen. Und das sagt immer Muni. Und für die Leute, die, ähm... Die Aura da spielen, die die, ähm... Heilung beherrschen, wenn sie gut spielen, können einigermaßen wissen sie, wo jemand verletzt da da liegt. So, ich hab mal einen Moment... Was? Das war nicht gewollt. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht Phantom bin. Also, ich hab hier Heal, mir geht es gut. Wir müssen im Prinzip nur den Panzer hier schützen. Wir müssen nicht bis zu deren Spawnpunkt vortreschen, aber manche machen das, es ist okay, jeder spielt auf seine Weise. Ich spiel meistens, äh, ganz chaotisch. Mal gucken, ob hier... Nein. Wo ist denn hier? Hier ist... Hier ist auf der Brücke. Auf der Brücke herrscht Party. Und dann... Dann machen wir das mal so. Wenn da so viel Party herrscht, dann... Machen wir mal Luft. Oh, oh. Ich kann ja nicht leiden. Der hält so viel aus. So, jetzt verteilen wir erstmal ein paar Geschenke. Geschenkkisten, kann man auch sagen, ja. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. So. Okay. Na, 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 na. Was machst du denn hier? Ne, du gehst wieder zurück im Köpfchen. Also, so geht's ja nicht. Ah, ja, 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 ja. Oh, nein. Ich spiel den übrigens selber, ich kenn mich ein bisschen mit dem aus. Ja. Mann, da klang jetzt cool, oder? Als volle, volle Leistung. Oh, oh. So, jetzt wechseln wir erstmal. Hier, mach dein Bömmchen kaputt. Ich kann auch sowas. Gibt zwar nur ne kleine Detonation. Die Abklingzeit ist dann auch, äh, nur irgendwie 20 Sekunden anstelle von 1,20. Je nachdem, wenn man noch nen Perk drauf hat, kann man schneller den Luftschlagmarkierer da einsetzen. Ich glaub, das hab ich bei diesem Skyhammer-Kertchen ja auch. Schade. Achso, will mal jemand hier Muni? Willst du Muni? Hier Muni. Hier Muni. Ah, da kleine Geschenkpakete. Ist ja bald Weihnachten. Was willst du denn da? Ja, ja, bevor du mich nochmal drust. Ich durche mal ein bisschen Düftchen tanken. Na komm, noch einmal. Ja. Nein! Medik, Medik. Ja, ja, Medik, Medik. Der Medik-Menschen ist ein bisschen nervig. Ich muss mich dafür entschuldigen. Es tut mir leid. Ich muss das nochmal genauestens kontrollieren. Wie man das umändert. Und ich muss nachladen. Also ich muss im Moment sehr vieles. Also wie gesagt, wenn ich sterbe, dann mach mal hier, ähm, bisschen stumm schalten. Medik hören. Falls da jemand rein läuft, gibt es einen kleinen Boom. Wenn ich mir das habe, dann kann ich nicht mehr Ich kann mich noch nicht mehr und ich kann mich noch nicht mehr Ich habe mich noch mal bei mir etwas zu tun. Ich kann mich noch nicht mehr machen. Ich kann mich noch mal strecken okay dafür gibt es auch geschenke weil ihr so schön geheilt habt ja jeder dass ich ein päckchen holen habe ich nachgeladen drei stunden zum nachladen da wird das lustig hier stehen ziemlich wieder nicht kaputt man kaputt gemacht oder er hat es kaputt gemacht machen wir noch mal hier so okay und und wo nicht jetzt schon wieder ach du kacke entschuldigung ich wollte sagen ach du schande da kommen ja wieder die ja ja nein ja nein hier wo ist er wo ist es war proxy ach du ich könnte ein bisschen schneller nachladen aber schlade langsam nach er hat gab ein bisschen der match mit viel okay der praktische ist du mal man kann sich mit dem sky hammer relativ schön zurückhalten und dementsprechend die situation sichern und es aber immer wieder mit wie knapp wieso knapp ja man hat da noch kaputt das war eine schöne runde ich bedanke mich dafür weil es euch gefallen hat könnt ihr gerne darum hoch machen 70 ich denke das war jetzt wirklich nicht schlecht ich habe mich aber sehr zurückgehalten das könnte man mir jetzt angreifen macht das beste draus ich wünsche euch eine gute zeit was auch immer das bedeutet in diesem sinne Tschö. Tschö, 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 tschö.